Das ist jetzt mit dem Kampfsieg weiter. Alex Rüffel in Eugenbrüchen. Aus der Kampfsweg 3. Alex Rüffel in Eugenbrüchen. 0,05 A ist 63 Kilo. Das ist jetzt mit der Kampfsweg. Das ist jetzt mit der Kampfsweg. Schön. So kommen wir hier drei, Alex Trüppel gegen Eugenie, der Nachbetreter mit Emma Winter gegen Alissa Jan-Jansson. In Vorbereitung, die Mühle-Kommer-Damen bis 50 km. Sandra Stierl gegen Andrea Gottigmann. Das ist von mir, das ist von Muno Aschisch-Funeral. Jawohl! Ja, schön. Er hätte auch noch für einen anderen gesagt. Ja, genau. Das ist vom Nuno Asch ist für einmal. Ja, schön. Jawohl! Weißt du, dass der Nino ist? Weißt du, was der schlimmer Name ist? Kevin. Und der Gerlitte. Aua! Ah! Das ist doch noch weh. Ja! 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 Auf geht's Nino, auf geht's Nino, auf geht's Nino, den machst du, ganz gut, auf geht's, ganz gut, auf geht's Nino, auf geht's Nino, auf geht's Nino.